Hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und tschüss wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und da war ich letzte Woche ein wenig fleißig, hab wieder das ein oder andere sowohl im Raid als auch ein bisschen PvP erspielt und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was schönes drin ist. Fürs Gear brauche ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Stuff, aber, ja, vielleicht ist das ein oder andere kleine Upgrade drin, beziehungsweise vielleicht kriegen wir ja auch was schönes für T-Mog raus und da unten haben wir jetzt ein paar PvP-Teile, also das Trinket, uh, das hat Movement Speed drauf, ne, das ist ganz nice, aber das Trinket an sich ist halt nicht gut, ne, also das brauche ich halt für nix und dann hätten wir jetzt hier für T-Mog einen Rücken, äh, Gear-Technisch ist der Kacke, der, wie, es gibt einen PvP-Rücken, der kein Versa drauf hat, das geht? Das ist sonderbar, ehrlich gesagt, weil eigentlich haben alle PvP-Items immer Max Versa drauf, der hat jetzt überhaupt kein Versa drauf, okay, interessant, sowas habe ich auch noch nicht gesehen und was haben wir dann noch hier aus Kassenachswehr, sind ein paar Items dabei, wir hätten hier einmal Hände mit Movement Speed, ähm, ich müsste mal mein PvE-Gear, ähm, angucken und dann wären hier noch ein Rücken mit Versa Mastery, okay, die wären eigentlich beide relativ nice, die Items, ähm, warte mal, ich habe aktuell mein PvP-Gear an, jetzt schauen wir mal im Plus, halt nicht speichern, anlegen, ja gut, das wäre natürlich fürs PvE-Gear schon ein Upgrade, ne, ich habe das jetzt eine Weile nicht mehr großartig weiter, äh, gebastelt, da sind jetzt sogar die PvP-Sachen höher, ähm, weil ich halt jetzt keinen M Plus mehr gespielt habe, bin ja, bin ja jetzt fertig hier mit M Plus, ne, aber, ähm, da könnten wir uns eigentlich die Hände holen und die am Katalysator umwandeln, ja, fürs, fürs Leveln ist es dann doch ein bisschen besser noch, ne, why not, der Rücken, ja gut, da habe ich jetzt eh das Legendary-Teil an, ich hatte, ja gut, ich hatte auch schon einen mit Versa hier, über PvP, ne, den, den ich davor hatte, der war halt relativ low, mhm, wait, habe ich irgendwas, ah, warum, warum habe ich in meinem M Plus-Gear, ach doch, ich habe die Schuhe an, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich habe jetzt nur zwei Legendaries an, ne, dann nehmen wir doch die Hände, oder, die Hände scheinen am besten zu sein, die Hose hat auch keinen Versa drauf, ähm, zumal ich habe da ja im Raid noch eine gekriegt, die hat auch keinen Versa drauf, oh, zumindest dieses Heroes-Item, ne, dann, dann nehmen wir die Hände, hätte ich gesagt, die haben dann erstmal noch Movement-Speed drauf, was echt ganz nice ist, und dann kann ich die ja auch umwandeln, ne, da habe ich zwar dann nicht mehr so viel Versa, aber natürlich den 4-R-Set-Bonus, ganz klar, und noch ein T-Mock auch noch, ja, nice, bei Fliegen mit einer Klappe, so habe ich das immer ganz gerne, ähm, warte mal, Sockel war da nicht drauf, ne, ne, okay, Sockel war keiner drauf, ja, also, wie gesagt, ich bin zwar jetzt im PvE-Konten immer krass unterwegs, aber, ne, ein bisschen mehr Item-Level schadet nie, und dann kann ich vielleicht auch beim Level ein bisschen schneller durchziehen, oder das eine oder andere werden wir bestimmt auch noch machen, bis zum Ende von der Expansion, und da ist das, denke ich mal, ganz nett, jetzt werde ich nochmal kurz zum Katalysator hatschen, und, ähm, das Ding hier umwandeln, und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr wollt, sehen wir uns in der Woche wieder, da werden wir den nächsten Vault aufmachen, ich war jetzt auch gerade schon im nächsten Raid drin, heißt, da wird es vielleicht wieder das eine oder andere rausgehen, und ja, dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns da wieder, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt, vielleicht habt ihr noch irgendwas Krasses rausgezogen, dann verabschiede ich mich an der Stelle, euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao! Ciao! Ciao!